Das wäre unser Tod. Nun, dann ist das so. Doch Respekt muss man sich verdienen. Raphim grinst wieder. Dann freue ich mich ja sogar auf den Morgen. Er hat die Götter verraten. Er... Nun, seht ihr, dies sind die Momente, in denen es mir schwerfällt, Rayas Lehren wahrlich vollkommen zu vertreten, in denen noch das Militär, noch der Grande durchkommt. Ich gehe mich bei Abel, mir entschuldigen. Nun, Raphim steht auf, lässt sein Zeug auch einfach da liegen und stapft in Richtung der Hütte. Ich gebe ihm eine Umarmung, aber nicht zu fest, breche ihm keine Knochen dabei, aber fest genug. Er würde dich tatsächlich zurück umarmen und dich sogar so an Stücken anheben auf seine Brust. Raphim, geht's euch gut? Abel... Abel mir... Ich muss mich dafür entschuldigen, euch geschlagen zu haben. Es war der Wille der Götter. Und ihr seid nicht schuld an meiner Misere. Ich verstehe. Könnt ihr mich wieder runterlassen? Ja... Ja... Ich lasse ihn auch wieder auf seine Füße. Vielen Dank. Tatl hat deine Schulter nicht zu ungut. Du merkst auch richtig, wie er durch seine... Sein Kiefer ist ganz steif und er atmet durch seine Zähne. Es ist meine Schuld. Es tut mir leid. Ich bin sicher, die Götter haben noch ein Einsehen und... fühlen euch dorthin, wo ihr sein wollt. Danke. Das hoffe ich auch. Aber ich hörte, dass es vielleicht sogar schon morgen soweit sein soll. Ich hoffe nicht, aber... Nun gut. Wir werden sehen. Ja, ja. Haut dir nochmal auf die Schulter, aber nicht zu fest. Und dann geht er auch an dir vorbei. Ich schaue mich Fragen zu Isarun um. Ich würde sagen, das Gespräch hat geholfen. Ich würde mich allerdings auch nicht bewundern, wenn ihr morgen erwürgt, in eurem Lager liegt. Ich seid zu optimistisch. Ich schaue da noch so ein bisschen und gehe dann zu meiner Bettstadt oder zu meinem Lager. Dieser Raffin. Nun, Kiaras, in Anbetracht der Tatsache, dass das eventuell euer letzter Abend auf Heere sein wird, wollt ihr etwas von den Drogen, die ich gefunden habe? Oh, gerne. Und... ...hier halt an, was du möchtest, was so da war. Ein wenig Raya näher kommen. Ich denke, das ist genau das Richtige vor einem solchen wichtigen Treffen, nicht wahr? Ja, du kannst gerne mal eine Zechenprobe würfeln. Das ist eine Theorieprobe, um die ganzen Sachen einzuschätzen. Die Boltak-Star gefunden hat in den Habseligkeiten der erschlagenen Kriegerinnen. Super. Das ist ein Erfolg. Habe ich eben noch nicht gesehen. Drogen. Du kannst rauchen, Ciriacha, Samthauch, Marbosodem, Feuerschlickessenz, Bohrenwein, Purpormon und Traumsteine. Oh, oh, diese Traumsteine nehme ich gleich mal und pack die in eine Tasche, versiegel die. Die fassen wir nicht an. Keiner von euch hat so einen eingesteckt, oder? Nein. Ich bin der Einzige, der sie gefunden hatte und ich habe sie euch anvertraut, weil ihr euch damit auskennt. Ja, ich habe von diesen Dingern gehört in Al-Anfa. Wer die nimmt, tendiert dazu, nicht wieder aufzuwachen. Oh, das ist... Sie werden aus irgendwelchen zerhackten Dämonen oder so gemacht. Man kann es sehen, wie wohl Bulldogs zwei, drei Fiolen neben einem Tisch abgelegt hat und dann nochmal gerade so ein bisschen hinschielt. Nach dem Motto, hoffentlich sieht er es nicht. Hm. Sehr kuriose Ansammlung. Vielleicht sollte ich es lieber von meinem eigenen Vorrat begnügen und das hier alles erstmal genau untersuchen lassen, wenn da schon Traumsteine dabei waren. Das wird alles eingebeutelt. Nun gut. Und natürlich nicht verbrannt, weil das würde es auslösen. Ja, ja. Das macht Sinn. Ich werde mich dann zur Ruhe legen. Ich wünsche eine gute Nacht und mögen alle Götter mit uns sein morgen. Gute Nacht. Gute Nacht, ja. Ich werde wohl noch ein wenig darüber philosophieren, was ich sagen könnte und werde muss. Ja. Gut, so könnt ihr euch dann allesamt zur Ruhe legen, wenn es nichts weiter gibt. Es sei denn, ihr möchtet noch vorher etwas tun. Sowas wie eine Regenerationsprobe ansagen, sprich, weiß ich nicht mehr, ASP regenerieren oder so. Sonst könntet ihr euch dann hier hinlegen. Es gibt, wie gesagt, Betten. Fünf Stück an der Zahl. Kleine Familie, die hier vertrieben worden ist. Und irgendwie werdet ihr dann euer Nachtlager hier schon auf die Beine stellen. Ihr könnt mit einem ganz normalen W6 regenerieren und dann schreiben wir, den nächsten Tag solltet ihr alle erwachen. Gut. Ja, ihr könnt dann noch so ein bisschen das zusammenkramen, was ihr euch an Trockenfleisch mitgenommen habt für die Reise. Seid natürlich dann noch bewanderte Helden und Abenteurer, die dann wissen, dass man sich sowas einpackt. Oder dann auch eben in den übrig gebliebenen Sachen von der Priesterin und den beiden Kriegerinnen dann wühlern. Sodass ihr hier dann so ein kleines Frühstück euch dann zusammenschustert, etwas essen und dann mit so ein bisschen flauen Gefühlen im Magen dann aufbrechen. Ja, Landers, wie gesagt, hat er zurückgezogen, hat sich dann den Turm gesetzt und sitzt dann oben, starrt die Sonne an, reagiert auch nicht weiter auf irgendwelche Reden. Und falls ihr dann irgendwann mit ihm reden solltet, da so seine Augen sind nach oben in den Kopf geklappt und der starrt mit seinen weißen Augen in die Sonne und spricht da wohl gerade mit Pryos. Das ist neu. Sie sieht nicht gesund aus. Nun, wenigstens peitscht das ich selbst. Das kommt bestimmt auch noch. Wie sprechen wir ihn da jetzt an? Mit eurer Gnaden? Oder? Ich meine, er ist zwar kein Offiziellgewalter, aber wenn Pryos ihn erwählt hat, ist er trotzdem immer noch Yalan, oder? Ja, das stimmt wohl. Ich werde ihn wahrscheinlich auch weiter mit Yalan sprechen. Ich meine, wir viele von euch sprechen nicht mit meinen Titeln an. Das sollten wir aber eigentlich. Ja, aber irgendwann wird's umständlich. Ja, das dauert sehr lange. Ich war da in brenzlichen Situationen. Da kriegt man ja einen Knoten in der Zunge. Wir sind unter Freunden, denke ich. Aber wenn er weiter so viel in die Sonne schaut, dann wird er bald wieder nur noch ein Auge haben. Aber gut. Er ist alt genug, er muss wissen, was er tut. Zu befürchten. Wir sollten nicht weiter Zeit verschwenden. Lasst uns aufbrechen. Ich würde meinen Pferd zottern, also unzumal. Zilte, also die, die das Lager abbrechen und meine Sachen zusammenpacken und in die Federranzen verstauen, denn halt. Ja. So, ja, haben wir ja nicht gemacht, meines Erachtens. Nö. Was für Temperaturen herrschen hier momentan? Ähm, also morgens ist die Sonne zwar schon aufgegangen, aber das dauert noch ein bisschen, dass es dann warm wird. Also du wirst hier so 25 Grad haben. Ähm, in der Nacht war es natürlich ein bisschen kälter, weil auch wenig Bäume oder sowas stehen. Immer mal wieder sowas wie ein Orangen- oder Orangenbaum oder auch irgendwelche Pfirsichbäume. Ähm, aber, ähm, ansonsten wird das in der Nacht doch kühler werden, gerade wenn ihr auch, äh, des Tagsübers geschwitzt habt. Und, äh, wenn die Sonne dann hochsteht, wirst du sicherlich 40, vielleicht 45 Grad haben. Das war, wie gesagt, nicht ganz genau. So, es wird tagsüber, äh, wirklich dann ziemlich warm. Gerade wenn wir jetzt Ingram haben. Ähm, ich würde dann noch Zinnel schreiben, äh, irgendwie sichtbar so hinlegen oder sichtbar anbringen, damit Diana das gleich erkennen kann. Gräber bitte einsegnen. Und dann würde ich zum Pferd gehen und aufsteigen. Ja, Rafi macht es dir ähnlich, er solltet auch sein ganzes Zeug ein, legt seine Rüstung aber tatsächlich nicht an, sondern verlädt die einfach nur auf sein Pferd und würde dann auch mit nacktem Oberkörper reisen. Also, er würde sich jetzt kein T-Shirt oder irgendwas anziehen und auch immer wieder über seine Wunde fahren mit seiner Hand, während er reitet, auch während er das belädt. Ja, was dir so ein bisschen Sorge macht, ist auch, ähm, dass du kein Gespür mehr dort hast. Also, je näher du an diesen Wundrand kommst, der dann durch die Heiltränke wieder zu regeneriert ist, also was heißt zu regeneriert ist, blutet nicht an der Stelle. Es ist einfach nur teilweise schwarz, teilweise vernarbt, wundig. Es ist aber, es tut nicht mal weh, zumindest nicht in der Region, wo sie da mit dir reingestochen hat. Und du kannst auch noch die, äh, die, die Spur spüren, als du vom Pferd gefallen bist oder als dich der Buschhof mit seinen Tentakeln erwischt hat. All das ist noch da, aber diese Wundränder gehören nicht mehr zu deinem Körper. Ich würde mal meinen Dolch nehmen und in diesen Wundrand reinstechen. Was passiert da? Wenn du da erstmal reinstichst und nicht weiter dran rumritzt, nichts. Also, du hast tatsächlich ein, du hast ein Loch in deinem Bauch, äh, Dolch groß. Und der passt da, der passt da rein und die Haut gibt so ein bisschen nach. Das ist auch von innen zugewachsen, also der Dolch passt da perfekt rein. Ob ich, dass mein Schlagring da reinpasst? Wenn du ihn ein bisschen, ein bisschen, ja, drehst, also dass er dann, äh, hochkant oder sowas drin und drin liegt, ja, vielleicht. Ich schiebe mir meinen Schlagring in die Wunde. Also, du möchtest ihn verbergen vor fremden Einflüssen? Zum Beispiel, dafür wäre das ganz praktisch, ja. Gut. Dann besitzt du ein geheimes Fach für deinen Schlagring. Ja, und so könnt ihr die restlichen zwei Stunden antreten. Bis hier dann hinter einer Hügelkuppe den Baron Ulla wiederentdeckt. Der dann, äh, ja, von links nach rechts, von rechts nach links an euch vorbei rauscht. Und ihr könnt auch die Straße vor euch sehen. Dann eine Brücke, die dann auch die Aves-Geweihte deutet. Und, ähm, hinter der Brücke könnt ihr dann viele zerstörte Häuser erkennen. Und zwei, drei Zelte. Eins ist besonders prächtig und groß. Ähm, das wird wohl sowas wie ein Herr-Lager, Herr-Führer-Zelt sein. Und darüber dann eben auch eine große Flagge, die im Wind weht. Und das Zeichen der Dämonenkrone. Unter anderem mit sich führt natürlich auch noch die zwei gekreuzten Schwerter. Und die Lilien von Maraskhan. Kurze Frage. Ähm, reiten wir weiterhin, ähm, in diesem ausgetrockneten Flussbett oder über weite freie Fläche? Ähm, teilweise. Also, das Wadi gehört dann ja so ein bisschen zum Baron Ulla. Je nachdem, ob Regenzeit ist oder nicht. Aber das wird dann auch mal Hügelsteppe sein. Also, du kannst dir sonst auch alternativ noch einmal dieses Bild hier betrachten. So kannst du es dir auch ganz grob vorstellen. Es ist ein bisschen hügelig. Es ist ein bisschen, ähm, begrast. Es stehen ein paar Bäume. Ähm, so kannst du dir das ganz grob vorstellen. Und irgendwann wird das Wadi auch aufhören. Dann triggert nämlich wahrscheinlich meine Platzangst. Die wird sicherlich die ganze Zeit schon, ähm, aktiv sein. Also, die Platzangst wirkt sich dann ja aus, wenn, wenn du keine Höhle über dir hast. Und, äh, du auf weiten verlassenen Flächen stehst. Ja, genau. Deshalb wollte ich meine Selbstbeherrschung, äh, würfeln. Genau, Selbstbeherrschungsprobe plus, also eine Schwernis mit der Platzangst. Ja, plus fünf. Dann würfeln wir mal. Jetzt. Jetzt wunderbar. Das sieht gut aus. Ja, ich hab mich relativ gut unter Kontrolle. Ja, immer mal wieder nach oben starren, äh, in der Hoffnung, dass die Sonne nicht herunterstürzt. Und, ähm, ja, wenn ihr dann zahlreichen andere, Tieren wieder aus dem Weg gegangen seid, ähm, aber mir kann nochmal mit, äh, schreckgeweiteten Augen einen weiteren Nachtwinter kennen, der da auf einem der Pfirsichbäume sitzt, äh, euch allerdings wohl nicht gerade wahrnimmt. Ein paar Stachel- oder Warzenschweine, die ihr dann seht, die sich da so ein bisschen im Dreck suhlen und wühlen. Also, die Tierwelt ist hier gigantisch groß. Ein paar Feuerskorpione, eine Koramsbestie könnt ihr tatsächlich auch erkennen. Auch die ein oder andere Vogelspinne. Und dann, wie gesagt, ähm, gemeinsam mit der Avis geweihten Aviander-Falkenflug. Könnt ihr an dieser Hügelkuppe entlangkommen. Und seht vor, ich war ein Brück zerstört. Aber Zelte weisen darauf hin, dass noch irgendwer hier lagert. So, da sind wir also jetzt. Nun. Wie wollen wir vorgehen? Einfach in das Lager reiten? Uns ankündigen? Ich denke, dass sie schon wissen, dass wir hier sind. Mit Sicherheit. Oh ja, natürlich wissen sie bereits, dass wir hier sind. Das werden wahrscheinlich schon seit Stunden, vielleicht schon seit gestern beobachtet. Es geht ja auch nur auf den Stil, wie man in ein Lager reitet. Wir reiten einfach selbstbewusst hinein. Und reden nicht groß um den reißen Brei herum. Kiaras noch einmal. Das hier ist nicht ein Anfa. Also, er wird keine Intrigen schätzen. Oder Höflichkeiten. Hatten wir nicht irgendwo eine Regenbogenslage? Vielleicht sollten wir die aufziehen. Ja, richtig. Bei einem Paktierer vielleicht eine schlechte Idee? Das zeigt es trotzdem zu erkennen. Richtig. Er hat ja nicht seine gesamte Erziehung vergessen. Er weiß schon, was das bedeutet. Ja, schon. Nach Menos Sorgen um seine Gefolgsleute. Ich glaube, die haben vor ihm viel mehr Schiss, als davor, sich mit uns anzulegen. Das ist richtig. Noch einmal, damit ich alles wirklich richtig verstehe. Sollten diese Verhandlungen Erfolg haben, werden wir ihm die Gewalt übergeben? Wie werden wir so eine Übergabe machen? Das müssen wir eben verhandeln. Also, wir müssen natürlich für ihre Sicherheit garantieren und dass nicht irgendwer auf dem Transport, auf die Idee kommt, uns zu überfallen. Zum Beispiel wäre es ja jetzt komplett unmöglich gewesen, sie direkt schon mit uns zu nehmen. Einfach. Es ist viel zu gefährlich für so eine alte Frau. Ich bin immer noch dagegen, dass wir sie übergeben. Ich bin auch nicht dafür. Sie hat es nur selbst angeboten. Ich würde auch versuchen, erst einmal wegen ihres Wissens zu verhandeln. Ob es nicht irgendwie anders möglich ist, dass er seine Informationen, die er haben möchte, bekommt, ohne dass wir gleich ihr Sina Melena austauschen müssen. Also werden wir dafür verhandeln, dass er alle seine Truppen zurückzieht und sobald dies geschehen ist, wird an der Grenze ihm die Gewalt übergeben. So könnte man das machen. Zurück nach Mars. Kann nicht einfach nur zurückziehen. Und er soll am besten vorher noch die Belagerung um Sorgen zerschlagen. Das wäre ein Entgegenkommen seinerseits an uns. Ich weiß nicht, ob wir ihn wirklich verhandeln können, dass er seine Verbündeten angreift, oder? Nein, vermutlich nicht. Hat er schon angeboten, oder nicht? Das war doch implizit. Aber das Horn von Dalkalja ist doch diesem... Ist das nicht dieses Meer... Diese Halbinsel hier? Nein, nein. Ich dachte, das wäre ein Splitter. Ach so. Richtig. Tja, das ging um die Halbinsel. Wir können fordern, dass er jedwige militärische oder zivilunterstützung gegenüber Orum unterlässt. Lasst uns erstmal hören, was er zu sagen hat. Ich denke, das ist auch eine gute Idee. Vielleicht bietet er es ja an. Es ist immer gut, den Feind erst ausreden zu lassen. Dann weiß man mehr, als man vielleicht vermutet. Außerdem, ich glaube nicht, dass eine Übergabe direkt an der Grenze von ihm gewünscht ist. Da sollten wir vielleicht auch noch ein wenig Verhandlungsspielraum unsererseits walten lassen, wo genau die Übergabe der Gewalten ist. Richtig. Einigen der zahllosen Häfen und Naranien. Diese kleinen Dörfer an der Küste haben alle kleine Häfchen oder Anlandestellen. Mhm. Zum Beispiel. Ja, oder eine Übergabe auf sie. Wir müssen uns sicher sein, dass er seinen Teil der Abmachung einhält. Wenn wir unsere nicht einhalten, dann kann er einfach eine neue Invasion starten. Nicht, dass wir dort viel entgegensetzen können. Wir müssen aber erst herausfinden, was er damit vorhat. Eine andere wichtige Sache vielleicht noch. Wollen wir wirklich mit den Verhandlungen und der Übergabe der Geweihten ins Gespräch gebracht werden? Soll unsere Namen wirklich in diesem Zusammenhang erwähnt werden? Wie wollt ihr das denn verhindern? Nun ja, die Einzigen, die das wissen, befinden sich hier und dann im Lager. Aber in mir, das ist kein stolzer Moment für mich. Ich werde bestimmt nicht in jede Taverne laufen, die ich finden kann und davon erzählen, wie ich eine Geweihte und ihre Seele geopfert habe. Nun ja, vielleicht sollten wir darauf drängen, dass Haffax das eh nicht sieht. Und auch seine Mitwisser. Also ich denke, das ist ein Verhandlungspunkt, der weniger wichtig ist. Das sind ja jetzt persönliche Befindlichkeiten. Und wenn ich darauf pochte, unsere Verwicklung in all diesem hier mitzubekommen, werden wir natürlich Rede und Antwort stehen. Aber ich denke nicht, dass wir herumgehen sollten, dass wir herumperren sollten. Ich vermute nicht, dass Helme Haffax irgendwem davon erzählen wird. Er hat wahrscheinlich Besseres zu tun, als Gerüchte und solcher Sachen zu verbreiten. Wir müssen vorher aber unbedingt herausfinden, was er mit ihr vorhat. Ich weiß, also der Mann ist taktisch genial und er wird uns nicht diese Chance geben, uns wieder aufzubauen, wenn er dafür nicht irgendwas bekommt. Wir müssen herausfinden, ob wir ihm es geben können oder ob wir uns danach in einer noch so viel schlechteren Position befinden, dass es besser ist, ihm es nicht zu übergeben. Ich weiß nicht, was er mit diesen Tafeln anstellen kann. Ich weiß nicht mal genau, was diese Geweihte weiß. Aber wenn er durch sie möglich, theoretisch, hunderte von oder tausende von Menschen kontrollieren kann, dann ist es vielleicht besser, sie nicht zu übergeben. Wir hatten ja auch spekuliert, dass er irgendwie auf Echsen oder Drachen Einfluss nehmen kann. Richtig. Wenn er tatsächlich damit Kontrolle über Drachen übernehmen will, bin ich dafür, die Tafeln nicht auszuniefern und hier zu sterben. Im besten Fall den Zwerg, wenn ihr euch es für möglich haltet. Ihr könnt auch in den Boden laufen, richtig? Natürlich. Dass ihr in den Boden lauft, sucht so viel Meter wie möglich zu machen, zurück nach Sorgan geht und eine Dame sagt, sie soll niemals diese Globule, in der sie sich befindet, verlassen. Weil lieber sterbe ich hier und heute, anstatt ihm die Kontrolle über Drachen zu geben. Allerdings wird auch Sorgan und ganz Aranien dann brennen, wer weiß, wo er danach als nächstes hinzieht. Was denkt ihr, was passiert, wenn ein Paktierer, der taktisch genial und ruchlos ist, Kontrolle über Drachen hat? Aventurien wird brennen. Das wird es auch so, wenn wir nicht das tun, was er sagt. Aber so kaufen wir uns wenigstens ein wenig Zeit, dass wir erst mit Oberon fertig werden und dann mit dem anderen und nicht mit beiden gleichzeitig. Ich sage ja nur, wenn das, was er mit diesen Tafeln erreichen möchte, so schrecklich ist, dass wir danach in einer schlechteren Position dastehen, als wir es jetzt tun, sollten wir sie nicht übergeben. Ich stimme zu. Alles, was mit Drachenmagie und derlei Bösem zu tun hat, ist gefährlich. Wir wissen doch gar nicht, was diese Tafeln tun. Hier dürfte man eine Sinn-Schärfe-Probe machen auf die Entfernung, um so ein bisschen Bewegung auf der anderen Seite mitzubekommen. Ja. Iserun und Kiaras entdecken es zuerst und können dann bemerken, wie zwei Magier in schwarz gekleideten Roben mit einigen roten Siegeln an dem Revers. Ja, sie ziehen ein Schruf an einem, ja, an einem Seil in Richtung Norden und auch zwei Zentim, die sie jetzt also von den Zelten in Richtung Norden wegbewegen, immer noch auf der anderen Flussseite, aber eben weg von den Zelten. Das gefällt mir gar nicht. Nein, mir auch nicht. Das ist genauso schlimm, wie erwartet. Oh, nein, nein. Wir sollten nicht mehr zu lange warten. Ich denke, sie werden unruhig. Richtig. Was wir ihm anbieten könnten, ist, dass er einen Brief an Yasinah Belenar schreibt, indem er seinen Plan darlegt und sie überzeugt. Ja, ich will ganz ehrlich sagen, ich sehe absolut keine Möglichkeit, ihn wirklich zu fragen, was er mit ihr vorhat und er auch noch antwortet. Dann ist die Frage, ob wir sie übergeben können. Ich könnte ihn direkt fragen, ob er vorhat, sie zu opfern oder sie anderweitig zu schänden. Ohne der Dame zu nah treten zu wollen. Selbst wenn er sie opfert und schändet, was eine Schrecklichkeit an der Herren Resinde wäre. Wenn er aber mit den Tafeln in der Lage ist, seinen dämonischen Meister auf Dere zu bringen oder ähnliches, sollten wir das trotzdem eher mal verhindern. Ich weiß denn nicht, was diese Tafeln für ein Ausmaß haben. Nun, er könnte uns nicht auf die Nase binden. Das ist richtig. Definitiv nicht. Aber nun, das Problem ist, er ist jetzt hier und wenn wir uns jetzt keine Zeit kaufen, dann ist der alles zu spät. Richtig, deswegen sollte er ja mit Verhandlungsgeschick ihn unbewusst dazu bringen, dass er uns zumindest verrät, ob er uns die Tafeln gegen uns einsetzen soll zum Beispiel. Das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir können ihn ja fragen, ob er Drachenmagie damit erwecken will. Das ist nur ein Vorschlag. Ich weiß ja nicht, was die Tafeln können, aber ob er die Tafeln einsetzen will, um uns zu schaden. Das wäre doch schon mal eine Information, die interessant wäre.